Internet Speedrun Täglich 10 Minuten Brüste anschauen ist für deine Gesundheit genauso gut wie 30 Minuten Sport. Die Studie, auf die er sich bezieht, ist bedauerlicherweise ein viralgegangener Fake. Was ist eigentlich die ärmste Stadt Deutschlands? Gelsenkirchen, dicht gefolgt von Halle und Duisburg. Wusstest du, dass diese drei Dinge zur Arbeitszeit zählen? Die Rüstzeit, also die Zeit, in der zum Beispiel dein PC hochfährt, das Aufräumen oder Säubern nach Ladenschluss und die Zeit, in der du dich arbeitsbedingt umziehst. Und angeblich Toilettenpausen, aber das ist nicht ganz richtig. Auf Kloren fällt meistens der Versicherungsschutz und wenn du zu häufig gehst, kann es als Arbeitsverweigerung ausgelegt werden. 5 Erfindungen, die wirklich niemand braucht. Den Schlafsack mit Beinen, die Daumenverlängerung fürs Handy, Besteckaufsätze für Kugelschreiber, den Privatsphäre-Schal, die selbstdrehende Gabel für Spaghetti. Warum haben manche Produkte, die offensichtlich nicht gesund sind, einen Nutri-Score-Wert von A? Weil der Nutri-Score die Nährwertqualität für Produkte immer nur innerhalb einer Kategorie vergleicht, also Müsli A mit Müsli B, Kekse A mit Hexe B und so weiter. Das heißt, Müsli mit A schneidet nur im Vergleich zu den anderen in seiner Kategorie am besten ab, ist aber deswegen nicht zwangsläufig nur gesund.